So, hallo, willkommen zur Algorithmen-Vorlesung. Ganz kurze Erinnerung heute, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben uns den Dijkstra-Algorithmus angeguckt, zum Finden kürzester Wege in einem Graphen. Und eine Sache im Hinblick auf heute, die da wichtig ist, ist, dass der Dijkstra-Algorithmus also zum einen diese schöne Anschauung hat, also wir heben quasi einen Graphen, den wir geknüpft haben, mit Fäden hoch und zum anderen, dass er eine Einschränkung hatte und zwar auf nicht negative Kantengewichte. Wir hatten uns eine Implementierung konkret davon angeguckt, von dem Dijkstra-Algorithmus und dann die Laufzeit abgeschätzt. So, die Laufzeit hing dann vor allem ab von den verwendeten Prioritätslisten oder von der verwendeten Implementierung der Prioritätsliste. Also Dijkstra braucht eine Prioritätsliste zum Verwalten der Knoten, die als nächstes gescannt werden. Und da kommt es darauf an, welche Prioritätslisten-Implementierung man da verwendet. Okay, was machen wir heute? Heute gucken wir uns einen allgemeineren Fall an. Also zunächst den Fall, also vielmehr, ja, wir gucken uns direkt den Fall an, dass die Kantengewichte auch negativ sein können. Und dafür gibt es einen etwas brutaleren Algorithmus, Bellman-Ford. Und wir werden sehen, dass das in gewisser Weise so eine Art Brute-Force-Suche ist und dass man das überraschenderweise aber gar nicht besser hinkriegt. Zumindest im Augenblick nicht. Und wir gucken uns noch ein paar Variationen von dem kürzeste Wege-Problem an. Dann werde ich einen kurzen Ausblick geben, was tatsächlich in der Routenplanung quasi an der Front passiert. Insbesondere gibt es da ein aktuelles Ergebnis, das ich vorstellen möchte, zu Routenplanung in Straßennetzwerken. Also da wird es viele Bilder und viele Beispiele geben und gar nicht so viele Beweise, also gar keinen. Und danach gucken wir uns die Motivation von minimalen Spannbäumen an, dem nächsten Thema. Okay, dann steigen wir auch direkt ein. Also wie gesagt, Dijkstra, letztes Mal hatten wir gesagt, braucht, damit die ganze Anschauung funktioniert und damit die Beweise funktionieren, dass es keine negativen Kanten gibt. Das Problem ist, wir wollen immer noch kürzeste Pfade finden, aber jetzt lassen wir diese Einschränkungen mal fallen. Also Kanten mit negativen Kantengewicht können da sein. Und da gibt es ein paar grundsätzliche Probleme. Die grundsätzlichen Probleme sind, wenn ich von S nach V will, dann könnte auf dem Weg dazwischen in dem Graphen ein negativer Zyklus sein. Also ein Kreis, dessen Kanten, dessen summierte Kantengewichte kleiner Null sind. Das bedeutet, das hatten wir ja letztes Mal schon gesehen, es gibt im Prinzip die Möglichkeit, beliebig oft durch so einen negativen Kreis zu gehen, also einmal, zweimal, beliebig oft. Und dadurch kann man die Distanz oder die Wegstrecke, die man von S nach V zurücklegt, beliebig klein kriegen. Und das können wir so notieren, dass wir schreiben D von V, also die Distanz von V vom Startknoten S, dass die minusunendlich ist, also beliebig klein. Und unsere Aufgabe wird sein, oder unser Problem wird sein, dass wir das selbst in solchen Graphen rausfinden, dass D von V gleich minusunendlich ist. Also um zu beschreiben, was wir uns quasi ideal wünschen würden, auch in einem Graphen mit negativen Kantengewichten, ist, dass wir eine Ansage kriegen, von dem Startpunkt hier unten, ausgesehen, was die jeweiligen Distanzen sind. Und das kann dann minusunendlich sein. Das bedeutet, es gibt keinen kürzesten Weg von S zu D zum Beispiel, sondern es gibt halt immer nur eine Reihe von Wegen oder eine Folge von Wegen, die immer kürzere Distanzen haben. Und hier, wie wäre das? Wir könnten zum Beispiel nach D gehen, da wäre die Distanz null. Wir könnten aber auch zu D gehen und dann erst nochmal zu B und dann zu J und dann zu D und dann wäre die Distanz auf einmal minus eins. Und das können wir beliebig oft machen. Also wir kriegen da beliebig kurze Pfade hin. Dasselbe könnte, also genauso könnte man argumentieren, um nach A zu kommen, kann ich beliebig oft diesen Kreis erstmal, diesen negativen Kreis durchlaufen. Und selbst wenn die Kosten nach A dann 42 sind, also hoch, kann ich vorher halt beliebig negative oder beliebig kleine Kosten für den Vorweg sozusagen hinkriegen. Das heißt, auch für A wäre die Distanz, an der ich eigentlich interessiert wäre, minusunendlich. Das mir sagt, es gibt keinen kürzesten Pfad. Es gibt keinen kürzesten Pfad, sondern es gibt immer nur eine Folge von immer kürzeren Pfaden. Okay, und umgekehrt, es gibt auch Dinge, die sind nicht erreichbar in dem Graphen. Also zu K hin, zu diesem Knoten K. Hier links kommen sie gar nicht. Das heißt, da hätte man gern die Aussage von dem Algorithmus, der Knoten ist nicht erreichbar. Also da ist die Distanz plusunendlich. Also das sind so die Bedeutungen von minusunendlich und plusunendlich. Und dann gibt es natürlich noch Knoten. Da kommt man vielleicht hin und da gibt es auch einen kürzesten Weg mit einer gewissen Distanz. Das wäre dann zum Beispiel I oder F. Und dann würden wir gerne die Distanz haben. Und außerdem den Pfad. In dem Sinne, wie wir das schon mal beschrieben haben, wir würden gerne wissen, wo muss ich von S aus hingehen, um auf kürzestem Wege zu I zu kommen oder zu G zu kommen oder zu F zu kommen. Und das können wir dann auch in so einer Parent-Datenstruktur speichern, wo wir uns einfach immer nur den Knoten merken müssen, der Vorgänger ist auf dem kürzesten Weg zu F. Also Parent von F wäre dann zum Beispiel G. Das sind diese fettgedruckten Kanten. Und die Knoten, die nicht fettgedruckt sind, die sind dann nicht Teil von dem kürzesten Pfad. Also das ist das, was wir uns eigentlich wünschen würden. Dijkstra gibt uns das nicht, weil Dijkstra immer nur auf nicht-negativen Kantengewichten funktioniert. Oder auf Graphen mit nicht-negativen Kantengewichten. Okay, also man könnte auch, also man kann auch Szenarien finden, wo es dann tatsächlich günstig ist, negativ, also wo es tatsächlich günstig ist, von einer bestimmten Kante zu nehmen, wo die Kosten dann tatsächlich negativ sind. Also denken Sie dran, Sie fahren mit einem Elektroauto bergab, dann wird tatsächlich die Batterie aufgeladen und dann könnte es sein, dass es günstiger ist, einen bestimmten Weg zu gehen und dass Sie dadurch was wiederkriegen. Okay, also was wollen wir da tun? Wir wollen das rausfinden und zwar so, dass wir möglichst nicht in so eine Endlosschleife gehen. Jetzt könnte man natürlich hier gucken, man findet einen kurzen Weg nach A und dann findet man vielleicht noch einen kürzeren und noch einen kürzeren und der Algorithmus, den man sich da vorstellt, der muss natürlich irgendwann merken, es gibt halt immer kürzere Wege und da gibt es tatsächlich halt eine, da gibt es tatsächlich halt einen Kreis, der dazu führt, dass es beliebig kurze Wege zu A gibt. Also da muss man natürlich irgendwann eine Abbruchbedingung sozusagen haben in dem Algorithmus. Das ist unser Wunsch. Okay, um da hinzukommen und einen Algorithmus vorzustellen, mit dem das funktioniert, müssen wir zunächst noch mal zwei, drei Basiskonzepte wiederholen. Also einfach nur ein paar Beobachtungen, das sind einfache Beobachtungen über kürzeste Wege in Grafen und zwar jetzt auch solche kürzesten Wege, die halt über negative Kanten führen können. Und eine Beobachtung, die wichtig ist, ist, dass wenn überhaupt ein kürzester Pfad existiert und das ist insofern eine nicht triviale Bedingung, weil wir sagen, vielleicht gibt es keinen kürzesten Pfad, in dem Beispiel von S zu A zum Beispiel, gibt es da einfach keinen kürzesten Pfad. Damit ist wirklich gemeint, es gibt einen Pfad, sodass keine anderen Pfade, kein anderer Pfad kürzer ist als dieser Pfad. Also wenn ein kürzester Pfad von S nach V existiert, dann ist der ohne Beschränkung der Allgemeinheit einfach. Was heißt einfach? Einfach heißt, der enthält keine Kreise. Also mit anderen Worten, der besucht jeden Knoten nur einmal. Also höchstens einmal. Okay, wie kann man zeigen, dass das gilt? Ist eigentlich nicht weiter kompliziert. Wir können uns mal vorstellen, es gibt einen Pfad, einen kürzesten Pfad von S nach V und der ist über einen Kreis erreichbar. Dann können wir die Fallunterscheidung machen, wenn das ein negativer Kreis ist, das heißt, wenn dieser Kreis zusammengenommen ein negatives Kantengewicht hat, dann kann ich den nicht nur einmal gehen, sondern dann kann ich den ganz oft gehen. und das widerspricht dann tatsächlich der Annahme, dass das ein kürzester Pfad von S nach V war, denn dann kann ich noch kürzere Pfade bauen, indem ich den Kreis einfach öfter dranhänge. Okay, also wenn der Pfad aber nicht einen negativen Kreis enthält, sondern wenn der einen anderen Kreis enthält, dann kann man sagen, wir können den kreisfrei machen, dadurch, dass wir diesen Kreis einfach weglassen. Das heißt, wir haben irgendwo so einen, wir gehen einmal im Kreis und das können wir auch einfach weglassen und da wir gesagt haben, der Kreis kann nicht negativ sein, wird dadurch der Pfad von S nach V nicht länger, also er wird höchstens kürzer. Und also, wenn wir schon angenommen haben, dass es ein kürzester Pfad von S nach V ist, dann muss das Gewicht also dieses Pfades, dieses Kreises muss schon null sein. Okay, gibt es zu dem, zu der Aussage oder zu der Beobachtung zu den Beweisfragen? Gut, dann haben wir noch eine andere Beobachtung und zwar die Teilpfade von einem kürzesten Pfad, die sind selbst wie der kürzeste Pfade. Also, wenn ich einen Pfad von A nach D habe und ich weiß, das ist der kürzeste Pfad von A nach D, dann müssen auch schon alle Teilpfade, also A nach B, B nach C, B nach D, C nach D, alle die müssen alle schon kürzeste Wege sein. Also, warum kann man als Übung zeigen, aber die Idee ist auch dann wieder so ein Widerspruchsargument zu führen. Also, was, wenn das nicht so wäre? Und tatsächlich ein bisschen komplexer kann man einsehen, die kürzesten Wege, die kürzesten Pfade, die bilden jeweils einen Baum, also ähnlich so, wie wir das schon bei Dijkstra gesehen haben, die bilden jeweils einen Baum, wenn ich jeweils einen Pfad nehme von dem Startknoten zu jedem Zielknoten, also wenn ich für jeden Zielknoten einen kürzesten Weg vom Startknoten zu diesem Zielknoten nehme und die alle zusammensetze, dann bilden die insgesamt einen Baum, sofern es keine negativen Kreise gibt. Also klar, wenn es negative Kreise gibt, dann gibt es auch halt Kreise natürlich und dann ist es kein Baum mehr, aber ansonsten kann man diese ganzen kürzesten Pfade zusammensetzen zu einem Baum, also wie gesagt, wie bei Dijkstra. Die Aussage gilt aber jetzt halt für, auch für negative Kantengewichte. Okay, hier ist ein Beispiel und da sieht man auch, das Ganze ist dann wieder ein Baum mit S als Wurzel und die fettgedruckten Kantenübergänge oder die fettgedruckten Kanten sind Teile des Baumes, ist, also das Fette ist der Baum und der Rest ist eine andere, das sind andere Teile vom Graphen. Okay, wie gesagt, genauer Beweis wäre dann Übung, aber wie gesagt, der erste Teil kann man sich auch einfach überlegen, das ist ein Widerspruch, Widerspruchsbeweis. Okay, und jetzt, das ist vielleicht für einen Augenblick die interessanteste Aussage, die werden wir auch gleich noch brauchen, auch einfach nur eine Beobachtung, aber die ist schon der Schlüssel zu dem nächsten Algorithmus, also zu Bellman-Ford und deshalb beweisen wir das auch. Also die Aussage ist, wenn ich als Ausgangspunkt eine Folge von Relaxationsoperationen habe, also zur Erinnerung, eine Relaxationsoperation, die betrachtet eine Kante, also hier die erste zum Beispiel oder die, die als erstes hier steht, das wäre die, die die Kante E1 betrachtet und wir sagen, dass die Kante relaxiert wird und was bedeutet das? Wir nehmen an, wir haben schon so ein Feld, so ein Array von momentan bekannten kürzesten Distanzen oder von momentan kürzesten, also D gibt die Distanzen jeweils an vom Startknoten aus zu VK in dem Fall. Also das sind die kürzesten bekannten Distanzen und µ sind die tatsächlich kürzesten Distanzen, also das ist die Notation von den letzten Vorlesungen. In der Situation sagen wir, dass wir eine Kante relaxieren, wenn wir folgendes machen, wir gucken uns die Kante an, gucken uns dieses Distanzfeld an von vorläufigen Distanzen D und gucken, ob diese Kante zu einem neuen, kürzeren Weg von, also von Startknoten zu dem Ziel dieser Kante E1 führt oder in dem Fall E1. Das heißt, wir gucken uns an, ob diese Kante, die wir jetzt angucken, ob die uns eine Abkürzung bietet, ob die einen neuen, kürzesten Pfad bietet. Also wir haben die Gleichung dann auch nochmal auf den nächsten Folien. Die Gleichung ist dann einfach, guckt ihr die Distanz von, also wenn die Kante von U nach V geht, sagen wir mal, guckt ihr die Distanz nach U an, guckt ihr die Kosten der Kante, also das Gewicht der Kante UV an und guckt ihr an, wie lange die Distanz nach V ist und wenn über U zu gehen einen kürzeren Weg bietet, dann aktualisiere ich einfach die Zielknotendistanz, also D von V. Okay, also das ist Relaxation zur Erinnerung und jetzt nehmen sie an, sie haben so eine Folge von Relaxationsoperationen, mit denen sie dann so ein Abstandsfeld aktualisieren und wir nehmen auch an, dass in dieser Folge von Relaxationsoperationen die Kanten auf dem kürzesten Pfad von S nach V, also von S nach VK in dem Fall, alle abgegangen werden. Das heißt, es gibt einen kürzesten Pfad von S nach VK über V1, V2 und so weiter und die jeweiligen Kanten sind von S nach V1, das ist Kante E1, von V1 nach V2, das ist Kante E2 und so weiter. Das heißt, wir relaxieren vielleicht irgendwelche Kanten, aber insbesondere zwischendrin relaxieren wir die Kanten auf dem kürzesten Weg von S nach V oder von S nach VK. Okay? Also das Wichtige ist hier, wir relaxieren die Kanten in der richtigen Reihenfolge. Also zuerst die Kante von S aus, dann die von dem Knoten, von dem wir von S aus, zu dem wir von S aus kommen und so weiter. Und das ist einmal die Voraussetzung. Dann gilt anschließend, dass die Distanz in dem Distanzfeld, das ich mir so zwischendrin gemerkt habe, nach VK, also da, wo ich eigentlich hin will, dass die schon die optimale Distanz ist, die kürzeste Distanz. Also wenn ich nur in der richtigen Reihenfolge alle Kanten von Start zu Ziel relaxiere, der Reihe nach, und zwischendrin irgendwelche andere Sachen mache, das ist völlig egal, ich kann auch noch andere Sachen relaxieren. Wenn ich das auf jeden Fall, wenn alles in der richtigen Reihenfolge als Unterfolge mal vorkommt, dann kriege ich auch am Ende die kürzeste Distanz raus. Das ist dann µ von VK. Okay, das ist insofern eine gute Nachricht. Es sagt mir, ich kann irgendeinen Quatsch drumrum machen, Hauptsache, ich relaxiere hinreichend, viele Kanten hinreichend häufig, sodass die richtige Unterfolge, die ich am Anfang noch nicht kenne, von Kantenübergängen, also von dem kürzesten Weg der Reihe nach vorkommt. Und dann kriege ich halt raus, dass die Distanz zum Zielknoten hin die richtige ist. Und wenn ich dann mir merke, wie ich zu dieser Distanz komme, über so ein Parent fällt, dann habe ich auch gleich einen kürzesten Weg nach VK. Okay, wie zeigt man das? Formal müsste es eigentlich eine Induktion über K sein, also über die Anzahl der Knoten. Wir machen das hier ein kleines bisschen einfacher. Wir gucken uns einfach die Aussagen an oder die Teilpfade zu den, oder den Zustand des Arrays zu den Zeitpunkten, wo die erste, zweite, dritte und so weiter dieser Kanten relaxiert wird. Also was wir sagen können ist, die Distanz zu dem Startknoten, die ist am Anfang, wenn wir uns überlegen, was wir bei irgendeinem Dijkstra-artigen Algorithmus machen, am Anfang immer schon gleich auf Null gesetzt, das können wir initialisieren, die Distanz ist Null. Also zu S komme ich ohne irgendwas zu tun, mit Kosten Null. So, und die Distanz zu dem nächsten Knoten, die wird schon zu dem ersten Zeitpunkt, also nach dem ersten Zeitpunkt, genauer gesagt, nach dieser Relaxation von E1 wird die auch optimal sein. Warum ist das so? In dem Moment, wo ich die Kante relaxiere, also wo ich die Kante E1 relaxiere, da werde ich schon den Pfad von S nach V1 betrachten. Und ich werde die richtige Kante angucken, also ich stelle mir insbesondere die Frage, bringt mir diese Kante E1 eine Abkürzung von S nach V1, egal was vorher der Wert von E von V1 war, danach ist es der kürzeste Weg, der kürzeste Wert, also danach gibt es den kürzesten Weg an. Also es kann, diese Distanz kann vielleicht schon vorher auf dem richtigen Wert stehen, aber sie kann vorher nicht niedriger sein, weil sie ein kürzester Weg ist, der Weg von S nach V1, und es kann auch nicht höher sein, weil wir gerade relaxiert haben und einen kürzeren Weg in Betracht ziehen. Okay, und jetzt kann man analog argumentieren, in der Situation zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich die zweite Kante relaxiere, E2, dann wird V1 schon den richtigen Wert haben, also die kürzeste Distanz. Und dann gucke ich mir in dem Moment, dann relaxiere ich die Kante E2, dann gucke ich mir also die nächste Kante an, von V1 nach V2. Okay, und dabei analoges Argument, werde ich wieder den kürzesten Weg zumindest in Betracht ziehen, oder die kürzeste Distanz. Vielleicht stand die schon vorher drin, vielleicht stand auch was ganz anderes drin, was niedrigeres kann ich drinstehen, dann hätten wir einen neuen kürzesten Pfad, dann wäre der, den wir hier betrachten, nicht der kürzeste Pfad. Und einen höheren haben wir nachher auch nicht drin, weil wir ja gerade den richtigen Weg in Betracht ziehen, über V1. Okay, und so geht das halt weiter. Und am Ende haben wir die Aussage, nachdem die Kantenrelaxationen halt in dieser Reihenfolge passiert sind, habe ich den kürzesten Weg nach VK. Es ist halt nicht wichtig, das ist das Entscheidende, es ist nicht wichtig, was wir vorher machen, was wir mittendrin machen und was wir nachher machen. Wichtig ist nur, dass diese Kantenrelaxationen in der Reihenfolge als Teiloperationen passieren. Okay, Fragen soweit? So, das ist jetzt, also diese Beobachtung ist jetzt eigentlich schon der Schlüssel für den nächsten Algorithmus, nämlich Bellman-Ford. So, und was tut der? Also in gewisser Weise tut der vielleicht das, was man so tun würde, um einfach das Problem auf jeden Fall zu lösen. Was er tut ist, es werden alle Kanten relaxiert und das Ganze passiert n-1 mal. Und zwar alle Kanten von dem Graphen. Das heißt also, wir haben insgesamt n oder n-1 mal m Operationen. Also m ist die Anzahl der Kanten. Jede Kantenrelaxation kostet halt naja O von 1 Operationen und das Ganze machen wir O von n mal. So, und was passiert dann? Die Idee von dem Algorithmus ist, naja, in der ersten Runde, wenn also zum ersten Mal alle Kanten relaxiert werden, ach so, ich sollte vielleicht noch sagen, zuerst werden alle Kanten relaxiert, der Reihe nach, in irgendeiner Reihenfolge, ist egal, dann wird neu angefangen, dann werden wieder alle Kanten relaxiert. Also insbesondere, es wird nicht erst irgendwie n mal oder n-1 mal die erste Kante relaxiert, dann n-1 mal die zweite, das wäre nicht so hilfreich, sondern die Kanten werden schon der Reihe nach relaxiert, aber in verschiedenen Runden. Also die zweite Relaxation von irgendeiner Kante passiert auf jeden Fall nach der ersten Relaxation von jeder anderen Kante. Okay, und was ist die Idee? Die Idee ist, wenn ich einen kürzesten Pfad von S zu einem bestimmten Knoten habe, zu V, wenn so ein Pfad überhaupt existiert, ein kürzester Pfad, dann hat er höchstens die Länge n-1 Kanten. Warum? Wir haben gerade gesagt, wenn ein kürzester Pfad existiert, dann enthält er keine Kreise. Wenn er keine Kreise enthält, dann kann er jeden Knoten höchstens einmal besuchen. Und dann muss man da auch schon mit n-1 Kanten klarkommen, denn es gibt halt nur n Knoten und mit mehr als n-1 Kanten würde ich irgendwann zwangsläufig mal einen Knoten wiedersehen, also zum zweiten Mal besuchen. Okay, also daher kommt dieser n-1 mal. Wenn es einen Pfad gibt, wenn es einen kürzesten Pfad von s nach v gibt, dann wird er in jedem Fall mit höchstens n-1 Kanten erreichbar sein. Okay, dann hypothetisch können wir uns so einen Pfad überlegen, der sei mal dann von s gleich v1 nach v2 nach v3 und so weiter bis vk gleich v. Also das sind die Zwischenstationen in einem zwischen s und v. Und die Idee ist, in der ersten Runde, wo alle Kanten relaxiert werden, dieses Graphen, da wird die Distanz von s nach v2, also von v1 nach v2, da wird insbesondere die in Anführungszeichen richtige Kante, also die von v1 nach v2, die wird relaxiert werden. Das heißt, nach der ersten Runde hat die Distanz von v2 schon mal den richtigen Wert. Also da nutzen wir jetzt aus, wenn zwischen s und v dann kürzester Pfad, also wenn das hier ein kürzester Pfad ist, sind auch alle Teilpfade die kürzesten Pfade. Das heißt, insbesondere hat dann v2 schon den richtigen Wert. Das ist dann der kürzeste Pfad von v1 nach v2. So, in der zweiten Runde wissen wir, am Anfang der Runde hat v2 den richtigen Wert und danach gucken wir uns in der zweiten Runde die richtige Kante von v2 nach v3 an. Das heißt, wir relaxieren die zweite Kante spätestens in der zweiten Runde sozusagen auf den richtigen, da wird v3 auf den richtigen Wert gesetzt. In der ersten Runde ziehe ich vielleicht viel in Betracht, aber insbesondere die Kante von v1 nach v2 in der zweiten Runde ziehe ich wieder viel in Betracht, aber insbesondere danach die Kante von v2 nach v3 und damit ist die Distanz am Ende der zweiten Runde nach v3 schon die richtige. Vorher war die Distanz nach v2 die richtige, jetzt nach v3 und so geht das weiter. Und am Ende steht die Aussage nach der k- ersten Runde ist die Distanz zu vk die richtige. Und wenn ich merke, wo ich jeweils hergekommen bin, wie die Distanz erreicht wird, dann habe ich auch den kürzesten Pfad von s nach vk. Okay, in gewisser Weise, man könnte denken, dass wir ziemlich viel unnötig tun. Also wir relaxieren hier in der ersten Runde natürlich sehr viel, aber das entscheidende Argument in der Betrachtung oder im Beweis ist ja, wir relaxieren eine Kante, die uns interessiert von diesen ganzen M-Kanten und in der zweiten Runde passiert auch ganz viel, aber uns interessiert eigentlich nur eine Kanten Relaxation. Also man tut da ziemlich viel. Insofern kann man sagen, in gewisser Weise ist es so eine Art Brute Force Algorithmus, also mit Rohrgewalt, deshalb auch Algorithmen brutal. Gibt es zu dem Algorithmus selbst noch Fragen, warum der funktioniert? Gut, dann können wir uns angucken, zum einen die Laufzeit und zum anderen wie man damit negative Kreise findet. Also wir wollten ja, unser Ziel war ja, dass wir diese zum einen kürzeste Pfade finden, also die Distanzen von Knoten, die irgendwo zwischen Minus und Plus und endlich liegen, also ohne Minus und Endlich und ohne Plus und Endlich. Wir wollten nicht erreichbare Knoten finden und wir wollten solche Knoten finden, die halt in einem Kreis liegen oder die halt keinen kürzesten Pfad haben von S zu diesem Knoten. Wie kann ich mit Bellman Ford Kreise finden, negative Kreise? Naja, wir haben sich überlegt, was Bellman Ford bei einem negativen Kreis macht. Er wird halt diese Kanten immer weiter relaxieren und entlang eines Pfades, der auf einmal negative Kreise enthält, wird er immer weiter die Distanzen relaxieren, also immer weiter die Distanzen verkürzen. Das heißt, es gibt, es breitet sich dann wie in Wellen sozusagen aus, diese Updates, diese Aktualisierung der kürzesten Distanzen und was passiert ist halt, dass die Distanzen von Knoten in einem negativen Kreis, die werden immer kleiner, weil es halt auf einmal jetzt immer mehr Möglichkeiten gibt, das noch weiter zu verbessern und zu verkürzen. Und das heißt, was man tun kann, ist, man kann sagen, ich weiß, dass nach n-1 Durchläufen von Bellman fort, dass da, wenn es keine negativen Kreise gäbe, alle Knoten schon ihre endgültige Distanz haben. Und die einzige Möglichkeit, wie sich da jetzt noch was verändern kann, ist, dass Knoten in einem negativen Kreis liegen und jetzt sozusagen immer weiter aktualisiert werden. Okay? Das heißt, man guckt sich jetzt einfach noch an, nach n-1 Ausführung oder nach Ausführung von Bellman fort, also nach n-1 von diesen Relaxationsrunden, was verändert sich noch? Und was verändert sich noch? Da kann man sich einfach angucken, wo würde denn eine Relaxation noch was bringen? Also man guckt sich diese Gleichung hier an, das ist diese Relaxationsgleichung, von der ich eben gesprochen habe. Man guckt sich an, ob die Kante E, also C von E, das sind die Kosten von E, ob die Kante E einem irgendwas bringen würde. Und man guckt sich an, wo sich da was verändert und alle Kanten, die in so einem negativen Kreis liegen, die würden noch was bringen, da würde sich noch was tun und man kann dann die entsprechenden Knoten anpassen. Auf Minus und Endlich. Das heißt, man macht so weit, wie es eigentlich reichen müsste und sagt dann, wenn sich jetzt noch was ändert, dann muss da, wo sich was ändert, dann würde das kein Ende finden. Okay. Gut. Okay. Beispiel. Also nicht erschrecken lassen, der Graph ist gar nicht so groß, das ist links oben fängt es an, also insgesamt sechs Bilder. Die erste Beobachtung ist, in jedem Bild ändert sich mal nicht so viel und das kann man auch, also was sich tatsächlich ändert, das sind immer diese roten oder rötlichen Pfeile, das sind also Kanten, die so rötlich gefärbt sind, da ändert sich was und ändert sich was bedeutet, das sind Kanten, die gerade relaxiert werden und die dann irgendeine Auswirkung haben. Also wenn Sie ganz links oben gucken, da waren diese beiden Kanten, diese vom Startknoten ausgehen, von diesem eckigen Startknoten, die waren relaxiert und natürlich jetzt auf einmal die Zielknoten, die standen vorher auf nicht erreichbar, auf plus und endlich, die kriegen dann jetzt auf einmal einen echten Wert. Und was Sie hier sehen ist, beim Startknoten ändert sich jetzt nichts mehr und die einzigen Änderungen sind jetzt von den Knoten, die gerade eben verändert wurden wieder, die ausgehenden Kanten. Das heißt, wenn man Bellman-Fort implementiert, wäre so eine naheliegende Optimierung, dass man sagt, du brauchst eigentlich nur die Kanten zu berücksichtigen oder zu relaxieren in der nächsten Runde, die von Knoten ausgehen, die gerade eben aktualisiert wurden, die also Zielknoten von wieder relaxierten Kanten wurden, wo sich was geändert hat. Das heißt also, in dem zweiten Bild, links in der Mitte, da braucht man jetzt nur noch die Kanten anzugucken, die von den Knoten ausgehen, die gerade aktualisiert wurden, das sind die Knoten über dem Startknoten und rechts von dem Startknoten. Damit erreicht man natürlich jetzt wieder neue Knoten, die werden aktualisiert mit den jeweiligen akkumulierten Kosten und so hangelt man sich dann durch den Graphen. Also Sie sehen dann rechts zum Beispiel, das waren die Teile, wo alle Knoten einen tatsächlichen Wert zwischen Plus und Minusunendlich haben, also das, was rechts steht, rechts vom Startknoten, das werden dann nachher irgendwelche Werte sein und hier gibt es auch rechts vom Startknoten, hier gibt es einen Kreis, also den Sie vom Startknoten nach rechts, dann noch schräg oben, nach links und dann wieder nach unten erreichen, der ist aber nicht negativ, da gibt es keine negativen Kantengewichte. Also deshalb ist der nicht problematisch und führt nicht dazu, dass irgendwas Minusunendlich wird auf einmal und das rechnet Bellman-Fort dann so aus und im linken Teil von dem Graphen passieren jetzt interessante Dinge, denn da passieren immer weitere Relaxationen und immer weitere hoch, ach so, ja, es geht von links oben nach unten, dann nach rechts und dann wieder nach oben. Also da passieren dann immer weitere Relaxationen und irgendwann, also hier ganz oben, wenn wir eigentlich fertig sein müssten, können wir sagen, okay, wenn sich jetzt immer noch was ändert, da wo sich was ändert, schreibt eine Minusunendlich hin und dann sind wir mit dem Algorithmus fertig und haben alles zugeteilt, also eigentlich genauso wie gewünscht. Wir haben markiert, welche Knoten nicht erreichbar sind, das wäre K, wir haben markiert, welche Knoten im negativen Kreis liegen oder über einen negativen Kreis erreichbar sind und wir haben die Knoten markiert mit der Distanz, die erreichbar sind und keine Minusunendlich, also nicht in einem negativen Kreis liegen. Okay, gibt es zu dem Beispiel noch Fragen? Okay, jetzt zur Laufzeit endlich. Also offensichtlich, wie lange dauert das? Naja, ich habe N wie Norbert Durchläufe und M wie Martha viele Operationen pro Durchlauf, weil ich mir alle Kanten angucke und das Anzahl von Knoten oft, also O von Anzahl von Knoten oft. Und wenn ich dann, also tatsächlich am Ende muss ich dann noch einmal durchgehen, um diese negativen Kreise zu finden, das heißt insgesamt sind es auch sowas wie N mal N vieler Operationen. Also O von N mal M wäre es in jedem Fall. Das ist viel langsamer als Dijkstra, wenn Sie sich erinnern, da ging die Anzahl der Kanten nur fast, also je nachdem, wie man das mit der Prioritätsliste implementiert, nur fast linear ein. Und wenn Sie sich vorstellen, dieses M, das ist eigentlich der Wert, der wehtut, da möchte man das möglichst klein haben. Also besser als Linear geht wohl nicht, man muss sich ja alle Kanten mal angucken, aber N mal M ist schon ziemlich heftig. Und vielleicht das Interessanteste an dem Algorithmus ist, man würde denken, da sind ganz viele Optimierungen möglich, aber asymptotisch bringt das eigentlich alles nichts. Das heißt, es gibt immer noch Graphen, es gibt sozusagen Worst Case, bei dem es keinen besseren Algorithmus gibt, also keinen asymptotisch besseren Algorithmus als Es gibt aber sehr wohl Algorithmen Varianten, wo man dann auch ein bisschen heuristisch optimieren kann, also wie gesagt, die allereinfachste Optimierung ist, sie gucken sich nur die Kanten an, die jetzt sich auch gerade, also wo sich gerade was verändert hat, bei den Knoten, da können sie natürlich im Best Case oder im Average Case, was immer das dann konkret bedeutet, je nachdem was für eine Eingabeverteilung sie haben, können sie da deutlich besser werden, aber asymptotisch als dieses O von N mal M, also insofern ist es auch eigentlich eine spannende Frage, ob es da was Besseres gibt. Okay, noch weitere, also das war schon alles zu Bellman Ford, der zweite Algorithmus für das Finden von kürzesten Wegen oder Distanzen, kürzesten Distanzen nach dem Dijkstra Algorithmus und jetzt gucken wir uns noch zwei Spezialfälle an von diesem kürzeste Wege Problemen und zwar das eine Mal bei azyklischen Graphen also bei speziellen Graphen die halt eine spezielle Eingabeform darstellen und was sich herausstellen wird ist, dass bei azyklischen Graphen das Problem auf einmal ein sehr einfaches wird. Also das ist jetzt einfach ein Spezialfall von der Eingabe, wir sind immer noch interessiert an kürzesten Wegen, also wir haben einen Startknoten S und wir wollen rausfinden, wie man von diesem Startknoten S zu anderen Knoten kommt und zwar möglichst schnell natürlich, also mit möglichst geringen Gewichten oder mit möglichst geringen Kosten. So und wir gehen davon aus, der Graph ist azyklisch, das heißt, es gibt überhaupt keine Kreise, insbesondere keine negativen Kreise, aber tatsächlich, es gibt überhaupt keine Kreise. Also je nach Anwendung, wenn Sie an Routenplanung denken, ist das vielleicht nicht realistisch, aber es könnte schon Szenarien angeben, wo das vorkommt. Okay. Und die interessante Beobachtung, also es ist eigentlich eine Beobachtung und ab dann ist alles trivial. Die Beobachtung ist, für jeden kürzesten Pfad gilt, dass die Kanten, also wir nehmen mal an, wir haben einen kürzesten Pfad von V1 nach VN, also vom Startknoten zu irgendeinem Zielknoten und für jeden kürzesten Pfad gilt, dass wir, wenn wir die Knoten topologisch sortieren, dass dann alle Kanten von links nach rechts zeigen, das heißt, dass in der topologischen Sortierung V1 vor V2 kommt und V2 vor V3 und so weiter. Was bedeutet das, also diese topologische Sortierung zur Erinnerung, topologische Sortierung bedeutet, das kann man mit Tiefensuche zum Beispiel machen, topologische Sortierung bedeutet, dass wir die Knoten so sortieren, dass alle Kanten immer von links nach rechts zeigen in der Sortierung oder das von einem kleineren zu einem größeren Knoten. Okay, und das gilt natürlich insbesondere für den kürzesten Pfad, weil da gibt es ja Kanten zwischen jeweils zwei Knoten und das heißt, auch diese Knoten hier sind sortiert bezüglich dieser topologischen Sortierung. Okay, aber das ist eine gute Nachricht, weil uns das sagt, in welcher Reihenfolge wir die Knoten angucken müssen, um die Kanten in der richtigen Reihenfolge zu relaxieren. Also wir hatten ja eben diese Beobachtung gehabt, wenn man die Kanten von einem kürzesten Pfad in der richtigen Reihenfolge relaxiert, von den Kanten, die von dem ersten zum zweiten Knoten ausgehen, danach vom zweiten zum dritten und so weiter, wenn man das in der richtigen Reihenfolge tut, dann wird man die Distanzen tatsächlich direkt auf Anhieb anpassen. Und genau das tun wir. Wir scannen im Sinne von Dijkstra, also wir gucken uns alle Kanten aus und relaxieren alle Kanten, die von V1 ausgehen. Wir scannen alle Knoten beginnend mit V1 in der topologischen Sortierung. Okay. Also wir sortieren einmal topologisch mit Tiefensuche und anschließend scannen wir die Knoten wie bei Dijkstra jetzt aber in Reihenfolge dieser Ordnung. Also insbesondere haben wir da gar keine Prioritätswarteschlangen oder so mehr. Wir haben nur einmal diese Sortieroperation und dann diese Scan-Operation. Okay. Und damit finden wir auch den kürzesten Pfad von V1 nach VN einfach weil wir in der richtigen Reihenfolge relaxieren. Gut. Wie lange dauert das O von M plus N? Das ist ziemlich gut. Allein schon weil M nur linear drin vorkommt. Und das ist auch das was man selbst bei Dijkstra da kommt man selbst bei Dijkstra mit ganzzahligen kleinen Kantengewichten nicht besser hin. Gut. Das ist das eine der eine Spezialfall das eine Beispiel was ich nennen wollte und jetzt kann man das Problem noch ein bisschen verändern und sagen wir wollen nicht von einem Startknoten zu vielen Zielknoten das ist das was diese Bellman Ford und Dijkstra Algorithmen uns natürlich geben sondern vielleicht möchte man ja die kürzesten Wege in einem ganzen Netzwerk finden das könnte man zum Beispiel so als eine Vorberechnung zur Routen Planung benutzen und da habe ich gleich ja noch ein konkreteres Beispiel wo genau das Problem halt als Vorberechnung ziemlich nützlich ist oder die Lösung des Problems als Vorberechnungsschritt ziemlich nützlich ist also wir stellen unsere Frage anders wir fragen nicht mehr wie kommt man von einem Startpunkt überall sonst wohin also zu allen anderen Knoten sondern wir fragen wie sind die kürzesten Pfade von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten und die Distanzen da gibt es jetzt so zwei Möglichkeiten was man so als naheliegende Implementierung da machen könnte so die Hautrauf Möglichkeiten und die wären naja ich mache ich mache entweder n mal Dijkstra oder n mal Bellman fort also für jeden Startknoten berechne ich einfach die komplette Tabelle oder die komplette dieses kürzeste Wegefeld und dieses Distanzfeld mit dem Dijkstra oder mit dem Bellman fort Algorithmus welchen ich nehme kommt natürlich auch ein bisschen darauf an da kommt es darauf an ob ich negative Kantengewichte habe oder ob ich nur nicht negative Kantengewichte habe und wenn man das macht also Dijkstra ist dann natürlich schneller braucht aber hat aber mehr Anforderungen wenn man das macht dann kriegt man natürlich einfach n mal die Zeit für einen Durchlauf von Dijkstra oder von Bellman fort da ist also die Laufzeit da kommt so ein n mal m drin vor das ist nicht so hübsch und hier kommt halt die Zeit bei Bellman fort o von n quadrat mal m drin vor und das ist halt richtig übel also das ist nicht so schön was in Algorithmen 2 dann behandelt wird ist einfach ein etwas clevererer Algorithmus wo man einmal Bellman fort macht und anschließend n mal Dijkstra und zwar auch bei negativen Kantengewichten also da ist Bellman fort im Prinzip so eine Art Detektor von negativen oder von den Effekten von negativen Kanten und danach kann man halt n mal Dijkstra machen aber das wird dann in Algorithmen 2 behandelt also es gibt durchaus bessere Ideen als einfach nur n mal oder von allen Knoten aus die kürzesten Wege alle zu suchen mit den Algorithmen die wir schon hatten wenn man wirklich an allen interessiert ist okay das ist auch nur auf eine Folie so eine Art Ausblick und jetzt kommen wir schon von dem Kapitel zur Zusammenfassung wir sind aber mit dem Kapitel dann insofern noch nicht ganz fertig danach kommt noch ein paar ein Blick über den Tellerrand und ein kleiner Exkurs also aber zunächst mal zu der Zusammenfassung was haben wir gelernt also wir haben einfache Algorithmen gesehen und vor allem in Spezialfällen sehr effiziente Algorithmen also das eine wäre Dijkstra mit nicht negativen Kantengewichten und das andere wäre der Algorithmus mit der mit der topologischen Sortierung wenn der Graph azyklisch ist und wir haben da gesehen wie man kürzeste Wege berechnet und Bellman Ford ist halt eher sowas was man nicht unbedingt als effizient vielleicht einsortieren würde aber interessant ist halt gerade dass man nichts besseres kennt asymptotisch wie gesagt asymptotisch halt das ist natürlich auch also praktisch kann man da noch viel verbessern was haben wir gesehen die korrektheitsbeweise also insbesondere bei Dijkstra waren nicht ganz trivial aber man kriegt gute Lösungen also man muss insbesondere dann bei einer Lösung von O von N plus M bei den azyklischen Graphen da geht es halt natürlich auch nicht besser man muss ja alles mal angucken und wir haben gesehen Prioritätslisten können auch in anderen Algorithmen Prioritätslisten ist es auch so die kann man weiter verbessern und kann sich dann insbesondere Prioritätslisten überlegen die besonders geeignet sind für die Verwendung im Dijkstra Algorithmus und da kriegt man das dann also bei beliebigen Kantengewichten auch von O von also kriegt man es sogar zu O von M plus N mal log log N da war vorher N log N wenn man bessere Prioritätslisten nimmt also je nachdem was man da für Heaps nimmt binäre oder Fibonacci Heaps haben wir dann halt hier sogar einen Faktor vor M oder bei diesem N log N haben wir dann noch was anderes was gibt es sonst noch für Varianten wie gesagt kleiner Blick über den Tellerrand was würde man denn in der Realität antreffen denken Sie an Routenplanung da haben Sie vielleicht als Zielfunktion nicht unbedingt kürzester Weg sondern da haben Sie vielleicht auch noch Spritverbrauch da haben Sie vielleicht noch sowas wie kürzeste Strecke versus dauert am kürzesten oder dauert nicht lange und vielleicht gibt es da so verschiedene Abwägungen wo Sie im Vorhinein noch gar nicht wissen was Sie denn eigentlich bevorzugen und da kriegen Sie dann vielleicht die Möglichkeit oder wenn Sie mehrere Zielfunktion betrachten dann kann man halt mehrere Möglichkeiten anbieten die Nutzer wählen kann und da kann man sich dann halt auch andere Algorithmen angucken die halt von vornherein mehrere Zielfunktionen auf einmal optimieren dann gibt es vielleicht noch das Problem dass Sie Ziele nicht in einer bestimmten Reihenfolge anfahren wollen sondern in beliebiger Reihenfolge also Beispiel Sie möchten von der Uni nach Hause fahren aber vorher noch einkaufen und an verschiedenen Orten beim Lebensmittelgeschäft beim Bäcker und außerdem wollten Sie vielleicht noch kurz in die Kneipe gehen also dann sollten Sie vielleicht das nicht als erstes machen und danach noch einkaufen das könnte dann spät werden okay aber vielleicht haben Sie auch Ziele die Sie in beliebiger Reihenfolge anfahren möchten und in dem Fall ist es gar nicht mehr so klar wie man das mit unseren Algorithmen rechnen vom ersten Zwischenziel zum zweiten und so weiter wenn Sie die in der beliebigen Reihenfolge anfahren dann ist gar nicht klar was ihr erstes Zwischenziel ist also Sie geben da quasi so Randbedingungen vor und mit Randbedingungen beschäftigen wir uns dann im Optimierungskapitel aber generell sind es Probleme die schwer zu lösen sind NP schwer heißt wenn man das Problem also zum Beispiel dieses Ziele in beliebiger Reihenfolge anfahren wenn man das allgemein lösen könnte dann könnte man auch große Zahlen faktorisieren dann könnte man auch ganz andere Probleme lösen von denen man im Augenblick nicht glaubt dass sie effizient lösbar sind okay ja dann gibt es noch das Problem desjunkte Wege zu haben wenn Sie halt Alternativen wollen die garantiert stauresistent sind also wo Sie keinen Schnitt haben zwischen den angebotenen Alternativen auch das ist dann wieder ein schwieriges Problem okay jetzt noch ein kleiner Exkurs wobei Exkurs bedeutet dass wir uns ein Ergebnis was ein paar Jahre alt ist also relativ aktuell dass wir uns das angucken und also ein wissenschaftliches Ergebnis das auf einer Konferenz publiziert wurde und da vielleicht einen Eindruck gewinnen was so die aktuellen Probleme und die aktuellen Lösungen sind okay und also was ist das Thema es geht um routing in straßennetzwerken also natürlich denkt man als allererstes an so ein Navigationssystem aber es kann auch andere Anwendungen haben was sind da die Randbedingungen die Anzahl der Knoten sind sowas wie naja also eine mehrstellige Millionenzahl also ziemlich viele Knoten und interessant ist diese Graphen die man da was heißt dünn besetzt das heißt dass der Ausgangsgrad von jedem Knoten zumindest im Schnitt nicht sehr groß ist also wie kann man sich das überlegen naja es gibt halt keine Straßen von Karlsruhe nach sagen wir mal Rom direkt sondern da müssen sie halt über verschiedene direkte Nachbarn gehen also mit anderen Worten jeder einzelne Punkt in diesem oder jeder einzelne Knoten jeder einzelne Punkt in so einer Karte ist halt nur verbunden mit den Nachbarpunkten und das sind gar nicht so viele also das sind dann konstant viele und dann kommen sie auf m gleich Theta von m Kanten okay und außerdem eine Sache die man ausnutzen kann in so Betrachtung ist dass die Graphen fast planar sind planar heißt sie können das zeichnen ohne zu überkreuzen also ohne dass sie beim Zeichnen halt Kanten oder Linien sich kreuzen würden und die Graphen mit denen was zu tun haben die sind halt fast planar also sie haben manchmal sowas wie Brücken oder Unterführungen das kommt aber nicht so häufig vor also meistens kreuzen sich die Kanten nicht und mit der inhärenten Hierarchie da sage ich gleich noch was zu die Idee ist wenn sie von Karlsruhe nach Rom fahren wollen dann benutzen sie wahrscheinlich nicht ausschließlich Landstraßen es sei denn sie haben wirklich was übrig für Landstraßen aber wahrscheinlich werden sie dann auf die Autobahn fahren und das heißt es gibt so eine gewisse Hierarchie wo sie schnelle Straßen also sie gucken erstmal dass sie auf eine schnelle Straße kommen und von da aus halt in die Nähe von Rom und dann sieht man weiter okay ich hatte schon gesagt offensichtliche Anwendungen sind natürlich Navigationssysteme entweder bei ihnen im Auto oder im Internet aber auch vielleicht für Logistik wenn sie daran denken wie man vielleicht Güter möglichst effizient verschiebt kann es eine günstige Sache sein Straßennetzwerke zu also kürzeste Routen in Straßennetzwerken sich anzugucken okay ein paar Beobachtungen also fangen wir damit an wenn wir halt nur von Karlsruhe nach Rom wollen dann werden wir uns halt nicht also wir werden nicht den kompletten Dijkstra Algorithmus über den ganzen Graphen laufen lassen oder also wenn sie von Karlsruhe nach Pforzheim wollen zumindest nicht einfach weil da würden halt viele Knoten gescannt werden die ihnen gar nichts weiter bringen würden man kann sich so überlegen der Dijkstra Algorithmus der hebt im Prinzip ja dieses Geflecht von Knoten hoch das bedeutet also der Dijkstra Algorithmus guckt sich zunächst vom Startpunkt ausgehend die Knoten wie in so einem Luftballon an der aufgeblasen wird ja das heißt zuerst gucken sie sich an was liegt in der Nähe und dann gucken sie sich an was liegt weiter weg und wenn sie dann irgendwann bei Pforzheim angekommen sind und dieser Knoten der dem Ziel dort entspricht gescannt haben dann wissen sie der hat schon die kürzeste Distanz da da brauchen sie jetzt eigentlich gar nicht weitermachen denn in dem Moment wo er die kürzeste Distanz hat da kennen sie auch Pfad der ist dann in dem parent array gespeichert es wird ja immer ein Zeuge mitgespeichert für diese kürzeste Distanz und dann haben sie auch schon einen kürzesten Weg von Karlsruhe nach Pforzheim gefunden also da brauchen sie natürlich nicht jedes mal ganz Europa scannen also hier steht spart im Durchschnitt die Hälfte des Scans das heißt natürlich im Durchschnitt wenn sie wirklich einen zufälligen Knoten suchen noch ein paar andere Tricks wenn sie dieses Luftballon Aufblasen Bild von Dijkstra haben dann ist es auch ganz nützlich sich zu überlegen diesen Luftballon aufzublasen je weiter sie das tun desto mehr Knoten sind natürlich am jeweiligen Rand also desto langsamer geht es den Luftballon weiter aufzublasen und da kann es manchmal günstiger sein Knoten zu suchen die halt also sowohl vom Ziel ausgehen zu suchen als auch vom Startpunkt ausgehen zu suchen die Idee ist sie sind schneller in einem Zustand oder sie brauchen weniger Luft um S und T beide aufzublasen so dass sie sich irgendwann treffen und die treffen sich dann an einem Punkt der sozusagen der Punkt ist der auf halbem Weg liegt zwischen sagen wir mal Karlsruhe und Pforzheim das geht dann also schneller als S aufzublasen bis T drin enthalten ist dann gibt es noch so ein paar andere Tricks zielgerichtete Suche dass sie halt von vornherein eher in Richtung Pforzheim suchen und nicht in die andere Richtung oder dass sie halt direkt suchen wo kommt und das ist jetzt eigentlich das Thema dieses Resultats dass sie halt gucken wie komme ich am schnellsten auf die Autobahn und wie komme ich auf der Autobahn am schnellsten nach gut Pforzheim ist jetzt vielleicht nicht ein gutes Beispiel sondern diesmal Rom also das sind diese verschiedenen diese verschiedenen Farben sollen signalisieren es gibt dann halt so eine Suche zunächst höheren Hierarchie also zunächst schnelleren Verbindung zunächst schnelleren Verbindungsnetzwerk dem Autobahnnetzwerk und ab da geht es dann halt schneller das ist dieser hellblau oder hellrote Bereich ok und das gucken wir uns jetzt ein kleines bisschen genauer an so also eigentlich habe ich das schon gesagt es gibt da nützliche Eigenschaften und auf die will ich hinaus insbesondere auf diese Autobahneigenschaft und natürlich ist es auch ein wichtiges Thema also ansonsten habe ich eigentlich alles auch schon gesagt hier so und jetzt kommt es zu dieser konkreten Arbeit oder jetzt kommt es zu einer Beschreibung von dieser konkreten Arbeit die ist am Lehrstuhl von Herrn Sanders entstanden von Peter Sanders und auch noch in Zusammenarbeit mit anderen Leuten von anderen Universitäten entstanden und die Idee ist dass man versucht die Routenfindung halt genau so zu optimieren dass man halt sich anguckt welche naja gut ich sage gleich mehr dazu also welche Knoten sind dann meine Einstiegsknoten für sagen wir mal die A5 okay und dann fangen wir vielleicht mit ein paar Beobachtungen an also die Beobachtungen sind und jetzt zeige ich einfach ein paar Karten die Karten sind auch leider der Grund dafür dass die Folien dieses Mal heute ein bisschen größer sind beim Runterladen sind siebeneinhalb Megabyte aber es sind einfach ein paar Karten mit kürzesten Routen also hier von Karlsruhe nach Kopenhagen oder von Kopenhagen nach Karlsruhe und hier von Karlsruhe nach Berlin das sind jetzt einfach nur mal so ein paar Beispiele ja von Karlsruhe nach Wien hier sieht man vielleicht schon was Interessantes und zwar also hier Karlsruhe nach Berlin und Karlsruhe nach Wien hat ein Stück das ziemlich gleich ist also sie fahren erstmal nach Osten und dann biegen sie entweder nach Norden oder nach Osten weiter und Karlsruhe nach München das sind jetzt lauter so Verbindungen im Prinzip an der Stelle sehen sie vielleicht noch gar nicht so viel was wesentlich interessanter ist also hier nach Paris hier nach London mit Fähre oder durch den Tunnel nach Brüssel genau was jetzt ich warte genau ich warte auf diese Folie was jetzt interessanter ist ist wenn sie sich angucken wie sieht das denn an wenn ich rein zoome auf den ersten Abschnitt dieser Strecke also was jetzt passiert ist ist wir gucken uns an was wäre denn die kürzeste Route von Karlsruhe nach irgendwo nach Kopenhagen in dem Fall und wie sehen die aus also wie sehen die ersten keine Ahnung 30 Minuten aus von dieser Route okay sie starten hier natürlich beim Informatikgebäude und biegen dann hier oder gehen dann hier rechts nur nach Allee könnte das sein und dann biegen sie auf die A5 auf und dann geht es nach Norden okay jetzt hat sich gerade was geändert Karlsruhe Berlin sieht genauso aus also sie gehen auch irgendwie so grob nach Norden Karlsruhe nach Wien sieht genauso aus Karlsruhe nach München sieht ein bisschen anders aus sie biegen halt jetzt auf eine andere Autobahn ich weiß nicht ich glaube das ist die A8 müsste das sein oder Karlsruhe nach Rom sieht wieder ein bisschen anders aus aber auch hier hat sich nicht viel geändert also ich bin jetzt gerade am hin und her schalten zwischen Karlsruhe München und Karlsruhe Rom also insbesondere ihr Zugangspunkt gut das ist jetzt ein kleines bisschen verschoben wahrscheinlich weil die Auffahrt einfach die andere ist oder etwas andere oder vielleicht ist auch einfach eine Zeichen Ungenauigkeit aber im Prinzip der erste Teil der Strecke sieht genau gleich aus und diese kommen also je nachdem wo sie hin wollen wählen sie sich einen von diesen Transit Knoten aus der günstig für dieses Ziel ist und dann fahren sie das allererste Mal zum Transit Knoten also der allererste Teil der Strecke sieht immer gleich aus gut wenn sie nach Westen wollen dann sieht es natürlich anders aus aber auch da naja gut da habe ich jetzt glaube ich kein Beispiel mehr Brüssel und Ok aber was kann man daraus lernen das wichtigste ist glaube ich es gibt sowas wie Zugangspunkte oder Transit Knoten das sind die Punkte zu denen sie oder wo alle kürzesten Routen drüber führen das heißt sie biegen erstmal auf so eine andere Hierarchie ein auf die Autobahn und um das zu tun besuchen sie den geeigneten Zugangspunkt was man jetzt also tun kann ist man kann sich so ein ganzes so eine ganze Ebene von diesen Zugangspunkten nehmen also alle Zugangspunkte für alle Knoten und die jeweiligen langen Strecken sich raussuchen rausrechnen was diese Zugangspunkte sind und dann nur noch die Zugangspunkte betrachten bei den kürzesten Wegstrecken also das heißt sie müssen jetzt nicht mehr alle 18 Millionen Knoten angucken von diesem ganzen Netzwerk wenn sie von Karlsruhe nach Rom den kürzesten Weg berechnen wollen sondern sie gucken sich nur an wo sie in Rom genau hin wollen wo da der nächste Zugangsknoten ist und wo dann der Zugangsknoten von Karlsruhe aus ist also sie gucken sich nur die Zugangsknoten selber an genau es gibt also zwei getrennte Phasen der Wegstrecken Berechnung vom Zugangspunkt und die eigentliche lange Fahrt zwischen den verschiedenen Zugangspunkten genau wichtig ist es gibt nicht viele von diesen Zugangspunkten also pro Knoten also für jeden Knoten sind das vielleicht so was wie zehn Zugangspunkte ja ich weiß jetzt gar nicht warum das nochmal da ist bin ich gerade ein bisschen verwirrt mit den Folien habe ich gar nicht mehr gerechnet also das soll glaube ich auch nur sagen das sind halt die Zugangspunkte die wir da schon mal hatten und je nachdem wo sie hin wollen wählen sie sich halt einen aus fahren zum Zugangspunkt und fahren von da aus weiter nee das hatten wir doch schon mal irgendwas stimmt mit den Folien glaube ich nicht da muss ich mal aussortieren tut mir leid okay also erster Schritt wir identifizieren diese Zugangsknoten diese Transit Knoten und können als Vorberechnung also natürlich können wir nicht alle 18 Millionen Knoten von vornherein Vorberechnung mit ihren kürzesten Wegen und kürzesten Abständen wir tun das nur für die Zugangspunkte das ist nämlich eine Information die man immer wieder braucht also je nachdem wie die Anfrage ist nimmt man dann halt einfach den geeigneten Zugangsknoten und berechnet da die kürzesten Abstände okay und wie was sagt das über die über die Reisedauer oder über den den kürzesten Weg aus es gibt einmal den Weg vom Startpunkt zum Zugangsknoten zum nächsten oder zum besten Zugangsknoten dann den zwischen zwei Zugangsknoten und den vom Zugangsknoten auf der anderen Seite zum eigentlichen Ziel das muss nicht immer so sein also es kann ja auch sein sie wollen von Karlsruhe Nord nach Karlsruhe Süd oder sowas in die Südstadt dann werden sie natürlich höchstwahrscheinlich jedenfalls nicht die A5 benutzen also man muss sich dann erstmal entscheiden möchte man eine lokale Suche machen und dann machen sie halt in der Karte halt das übliche sowas wie ein Dijkstra auf den Knoten die halt wirklich gerade in der Nähe sind oder sie machen halt diesen Spezialfall und wie man das tut man muss halt lokale Fälle ausfiltern das heißt man muss gucken wann liegen Start und Ziel nah beisammen sodass es eigentlich nicht lohnt erst so einen Zugangsknoten zu besuchen okay also das hier sind die Transit Knoten von Start und Ziel jeweils so als Beispiel und dann muss man halt in der Suche vom Startpunkt und vom Ziel Knoten eigentlich nur so weit suchen mit den lokalen Berechnungen dass man halt die nächsten Zugangsknoten hat und wie man da hinkommt so was kriegt man dabei raus man kriegt dabei raus es geht halt viel viel schneller als jedes Mal über die 18 Millionen Knoten zu suchen ist ja auch irgendwo klar also bei einer Vorberechnungszeit von etwas über einer Stunde geht das Ganze dann in vier Mikrosekunden das Ganze ist sogar verbessert worden auf weniger als zwei Mikrosekunden das war eine Bachelorarbeit die auch am Lehrstuhl Sanders geschrieben wurde also ich mache gerade Werbung merke Sie sollten auch Kryptografie machen aber wenn Sie das interessiert da sehr praktisch damit beschäftigen okay letzte Folie zu dem Ausflug was gibt es da für offene Fragen also was ich jetzt überhaupt nicht besprochen habe wie findet man gute Transit Knoten wie identifiziert man die und wie findet man wie kann man lokale Anfragen identifizieren und wie wie vermeidet man die dann da muss man andere Techniken benutzen also das geht halt dann braucht man extra Algorithmen dafür aber das wollte ich jetzt auch nicht vorstellen sondern mir ging es nur darum einmal kurz zu skizzieren was tatsächlich so geforscht wird im Augenblick oder was so aktuelle Ergebnisse sind und auch Dinge die für sie vielleicht schon für Abschlussarbeiten relevant sein könnten okay ja vielleicht sollte ich noch sagen wenn Sie hierzu Fragen haben kann ich die wahrscheinlich nicht beantworten da das nicht mein sprechen dann kann ich sie vielleicht vermitteln oder dann kann ich vielleicht jemanden finden der wirklich Experte in genau dem Gebiet ist und die Frage dann so beantworten okay deshalb frage ich jetzt gar nicht ob es hierzu offene Fragen gibt ausnahmsweise ich würde weitermachen mit dem nächsten Kapitel und zwar zu minimalen Spannbäumen und da würde ich auch so machen das Kapitel würde ich im Augenblick heute nur motivieren da wir mit der Zeit sehr gut dran sind und deshalb wird es auch heute wahrscheinlich ein bisschen früher Schluss werden aber ich möchte es zumindest noch motivieren und Ihnen auch vielleicht noch Gelegenheit geben das schon mal in sich aufzunehmen bevor wir dann Mittwoch mit ein bisschen formaleren Sachen anfangen okay also worum geht es es geht um minimale Spannbäume stellen Sie sich folgendes Pseudo Beispiel vor das ist ein Beispiel was in der Realität so wahrscheinlich nicht vorkommen würde was aber zumindest schon mal das Gefühl gibt dass da ein Problem ist das realistisch ist also stellen Sie sich vor es gibt hier diese vier Inseln und man soll die oder die Aufgabe ihre Aufgabe ist es die zu verbinden mit einem Fair Netzwerk und diese jeweiligen Zahlen an den Kanten hier zwischen den Inseln ABCD die geben an wie teuer die Kosten also entweder einmalig oder die Unterhaltskosten von so einer Fair Verbindung zwischen diesen beiden Inseln jeweils wären also Sie haben natürlich einen vollständigen Graphen und zwischen A und D wäre es besonders teuer so eine Fair Verbindung zu machen und zwischen D und B wäre es besonders billig so und was ist Ihr Ziel Sie könnten natürlich das alles aufbauen das wäre sehr teuer und sehr bequem also dann könnte jeder ganz schnell in einem Schritt von jeder Insel zur anderen wenn jetzt aber Ihr Ziel nur ist okay es ist egal wenn die Leute halt so eine Zwischenstation machen oder womöglich auch zwei Zwischenstation sie möchten halt nur dass der Graph zusammenhängt ist also der Graph der Verbindung die sie dann am Ende bauen dann können Sie fragen welche Verbindung muss sich denn hier etablieren sodass a die Kosten möglichst niedrig sind und b dass sie von jeder Insel zu jeder anderen Insel kommen können auch indirekt und genau das ist die Frage nach einem minimalen Spannbaum also ein bisschen formaler ein minimaler Spannbaum kriegt oder die Frage ist eigentlich Sie kriegen als Eingabe gegeben so einen Graphen mit Gewichten dran der muss nicht vollständig sein und die Gewichte sind jetzt für das was wir machen sind die einfach mal nicht negativ oder sogar hier steht sogar positiv und Sie kriegen dann also diesen Graphen mit Kanten und die Frage ist einen Baum zu finden sodass dieser Baum alle Knoten verbindet und klar die Randbedingung ist er soll minimales Gewicht haben in dem Beispiel wäre das jetzt halt der Baum würde bestehen aus genau diesen Kanten die rot eingezeichnet sind okay also die 9 wäre insbesondere nicht da also Sie können sich überlegen zwei Kanten braucht man hier auf jeden Fall Quatsch drei Kanten braucht man auf jeden Fall mit zwei Kanten kommen sie nicht klar und sie brauchen aber auch keine vier Kanten denn Sie können hier ist ein bisschen umständlich aber Sie können von 1 nach 2 nach 3 nach 4 gehen und so kommen sie lassen das sollte halt die sein die den am meisten Kosten spart also Sie lassen die 9 Kante weg eine Verallgemeinerung ist der Fall wo Sie gar keinen zusammenhängenden Graphen haben sondern wo von vornherein halt schon so Teile von dem Graphen isoliert sind Sie haben da mehrere Zusammenhangskomponenten und dann fragen Sie dann hätten Sie gerne einen Wald also das ist dann die natürliche Verallgemeinerung also eine Anzahl von Räumen das ist die natürliche Verallgemeinerung für solche Graphen okay dann die Anwendung genau die Anwendungsfolie würde ich dann noch machen und genau als nächstes ich gucke nochmal genau die Schnitt und Kreiseigenschaften die machen wir nächstes Mal vielleicht noch ein Wort zu den Anwendungen beim Netzwerk Entwurf also Sie sollen ein Netzwerk entwerfen was immer das dann genau ist ein Computernetzwerk oder vielleicht auch ein anderes Netzwerk da gibt es manchmal das Problem dass Sie gar nicht interessiert also da gibt es viele Probleme Sie können direkt dieses Spannbaum Problem stellen diese Frage nach einem Spannbaum stellen das ist eine sehr einfache Frage Sie können aber auch die Frage stellen ich bin interessiert an einem Pfad ich hätte nicht sagen sollen dass wir heute früh aufhören fällt mir gerade auf also bleiben Sie noch drei Minuten ruhig das wäre sehr nett danke also es gibt das Problem dass Sie an Pfad interessiert sind bei dem das maximale Kantengewicht also das Gewicht der größten oder der schwersten Kante auf diesem Pfad möglichst klein ist also Sie sind sozusagen interessiert an einem Pfad wo meinetwegen das Gewicht so was sein könnte wie die Sprunghöhe und Sie können aber nur eine bestimmte Höhe springen und dann sind Sie interessiert an oder irgendeine andere Form von Hindernis ist dazwischen und dann sind Sie an Pfad interessiert der möglichst geringe maximale Sprunghöhe hat weil dann vielleicht das was Sie da lang schicken müssen nur gewisse Eigenschaften erfüllen muss also nur eine gewisse Höhe springen muss und interessanterweise das Knoten zu jedem anderen Knoten und der Pfad der die geringste Sprunghöhe hat also der Bottleneck shortest Path ist das ist gerade derjenige den Sie in einem Spannbaum gehen würden also das ist vielleicht ganz interessant also beispielsweise von 1 nach 4 oder von 4 nach 1 wäre halt der Pfad bei dem Sie das geringste maximale Kantengewicht haben naja gerade der der den minimalen Spannbaum entlang geht insbesondere ist es nicht der direkte und auch nicht der insgesamt kürzeste 9 ist immer noch insgesamt kürzer als 5 plus 7 plus 2 Clustering bedeutet dass in bestimmten also stellen Sie sich so ein MST vor und jetzt nehmen Sie so eine Kante weg und zwar nehmen Sie die schwerste Kante in dem MST weg also die Kante sodass die Distanz zwischen den beiden Knoten am größten ist was sie dann getan haben ist dass sie den Grafen gerade in zwei Teile oder die Menge der Knoten gerade in zwei Teile gebrochen haben Sie haben es an einer Stelle durchgebrochen vorher war noch alles zusammenhängt jetzt ist es an einer Stelle durchgebrochen und zwar an der Stelle wo die größte Distanz war und das ist eine Form von Clusterung also in Cluster aufteilen Sie haben jetzt zwei Cluster geschaffen also zwei Teile des Grafen das kann wichtig sein zum Beispiel bei Bildsegmentierung wenn Sie Objekte in einem Bild voneinander unterscheiden möchten da wäre die Kantengewichte wären ein bisschen kreativer das wäre sowas wie ein Kontrast Unterschied zum Beispiel und man kann allgemein also Clusterung klar soziale Netzwerke da gibt es sehr viele Anwendungen Anwendungen okay und das letzte ist es gibt auch noch schwere Probleme Problem des Handlungsreisenden das werden Sie vielleicht erst im dritten Semester in seiner vollen Pracht würdigen können das ist NP vollständig und das ist also einfach ein schweres Problem und dafür Approximationslösungen zu finden also die beste Lösung anzunähern da ist einfach da sind MST Algorithmen ein gutes technisches Tool okay das wäre es von meiner Seite gibt es von Ihrer Seite aus Fragen gut dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit wir machen nächstes Mal weiter mit Achso eine Sache ganz wichtig bitte beachten Sie am Mittwoch ist die Vorlesung nicht hier steht auch auf der Webseite wir mussten leider tauschen weil hier eine Karriere Messe ist wir sind am Hörsaal im Fasanengarten am Mittwoch bis Mittwoch dann